Herzlich Willkommen auf der Lenzer Heid. Ich bin Tönnies Wey und arbeite bei der Lenzer Heidbergbahn. In diesem Video zeigen wir euch, was wir im Sommer hier machen. Im Sommer gehört zu unseren Aufgaben, dass wir den Unterhalt der Seilbahnen machen. Zudem gehört, dass wir auf die Stütze gehen und dort die Rollenbatterie zum Beispiel schmieren. Wir arbeiten hier mit einem starken Partner zusammen mit der Firma Motorex, die uns mit den Schmiermitteln unterstützt, damit wir alle Anlagen wieder bereit haben für den Winter. Zeitung besser, S aged 13 Uhr. Sie ist darkness und liebguthour saferer und schmierbar bis 1920, sobald das await er. Vielen Dank.